So liebe Leute, wir haben heute die Manja zu Besuch. Sie ist unsere Special Beauty-Cocktail-Mixerin, die euch heute zeigen wird, was man aus ein paar einfachen Zutaten auch einen richtig geilen Beauty-Cocktail machen kann und wie man sich selber jeden Tag zu Hause mit Alkohol verschönern kann. Mehr oder weniger. Wir zeigen auf jeden Fall heute, was man dafür braucht und wie man auch jederzeit selber zu Hause nachmachen kann. Ja, und zwar fangen wir an mit dem Skinny-Tide. Und zwar ist es eine Kombination aus Bombay Gin, Dry Gin, dann haben wir Martini Dry Gin, dann haben wir ein bisschen was Süßes für den Cocktail, das ist der Wild-Preiselbeer-Sirup, ein bisschen Zitrone und ja, den Skinny-Tide, den Drink. Der muss man natürlich auch rein. So, fangen wir an. Genau, der Perfect Skinny Beauty-Drink vom Dr. Heinrich. Ich habe da so ein paar Eiswürfel vorbereitet, findet man zu Hause auch. Sind zwar noch nicht ganz frisch, aber es sollte reichen. Ist zwar nicht wie in einer professionellen Bar. Ja, die ganzen Zutaten hat man zu Hause, Zitrone, wie gesagt, noch Eiswürfel. Ganz genau. Die anderen Sachen kaufen man sich einfach. Bei der Zitrone kann man frisch nehmen oder im Saft, je nachdem wie man es gerne mag. Aber als Profi verwende man natürlich auch frische. Ja, je nachdem wie es zur Verfügung ist. So, das ist natürlich mein Lieblings-Arbeitsgerät, ein Giger. Haben wir natürlich nur Bar-Käfer zu Hause. Kann man sich aber auch im Internet bestellen. Am besten ist es so wie bei Jamie Oliver. Man putzt die Hand, damit die Kerne drin bleiben in der Zitrone. Am besten ist ein Koppel. Okay. Aber einfache Zitronepresse kann man dafür nicht verwenden? Kann man auch, oder? Also je nachdem wie man es gerne hat. So ungefähr so ein halber CL zusammenkommt. Den ins Glas. Kann man sogar noch ein bisschen mehr tun. Nicht ganz ausgereicht. Ein bisschen kann man es noch auspressen. Die Hand, die aus dem Hintergrund kommt. Ah. Ich habe doch was mitgebracht, ein Tuch. Aber es ist schon wieder weggerollt worden. Feminär, ja. So, perfekt. Dann nehmen wir vom Preiselbär, vom Wildpreiselbär-Sirup. Das ist vom Daro. kriegt man auch in jedem Supermarkt. Da gibt man ungefähr 1,5 CL rein. Und jetzt ein bisschen was Süßeres. Nicht ganz nur von herben Geschmacksrichtungen. Ja, aber die Zitrone ist ja bitterisch, oder? Ja. Auch der Martini 3 und auch der Laune 3. Aber wir haben halt ihre Gewürzstoffe, die das einfach auch mit dem sehr, sehr gut harmonieren. Das ist 2 CL von Martini 3. Kann man auch sehr gut mit Citron und Eis nehmen. Wunderbar auch für den Sommer. Hat jetzt schon eine sehr schöne Farbe, so röntlich. Ja, genau. Und vom Gin. Ca. 3 CL. Je nachdem, wie die Tagesverfassung ist, kann man auch ein bisschen mehr nehmen. Oder weniger. Je nachdem, wie es ist. So. Ah. Das Ganze kann man in Glas machen, indem man es einfach umrührt. Oder man nimmt einen Shaker. Je nachdem, wie man es, was einem am besten schmeckt. Und jetzt würde ich sagen, einfach mit dem schönen Collagenkling, dem schönen Roten einfach auffüllen. Davor kurz schütteln auch. Genau, das haben wir schon gemacht. Weil eben das Collagen sehr schwer ist und unten eben am Boden sich absetzt. Deswegen davor kurz einfach mal schütteln, bevor man es reingebt, den Beauty Shot. Und das Ganze einfach von der Zitrone ein Stückchen Schale abschneiden und einfach so drüber geben. Und nochmal von der Zitrone die ätherischen Öle freigesetzt werden. Man kann es reingeben, man kann es draußen lassen, aber es ist ein wunderbarer Ring. Einfach sehr gut zu probieren. Und wir werden es jetzt testen und ja, hoffentlich schmeckt es euch genauso gut wie wir jetzt gleich. Das hoffen wir. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.